Ich zeige euch jetzt etwas, was nur Nami als Beagle kann. Die Rede ist von Leckerlis apportieren. Hier ist das Leckerli, Freunde. Erstmal darfst du eins probieren, okay? Und ich werfe das jetzt und Nami muss mir das erstmal bringen. Nami, bring mir das. Bring mal her. Geh ich ihm meine Hand geben. Da ist das, Freunde. Okay. Super. Super gemacht.